Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute... Ich weiß, wozu du fähig bist, aber ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Parken vor dir in der DRS-Zone befindest. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Ich weiß, wozu du fähig bist, also du fähig bist, also du fähig bist. Okay, sammeln ein wenig, mich ab dem Bein und komm rein. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können Sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.